So, wir kommen zurück und ich würde sagen, diesmal, ja, diesmal, diesmal holen wir uns ein Triforce-Teil, ja, weil, kann ja nicht angehen hier. So. Der Chat ist heute auch ein bisschen, naja, ein bisschen wenig los dort, ne? Schauen sich halt die ganze Zeit hier Zella-Game-Fail an. Gucken wir mal, gucken wir mal. Hier irgendwo soll das Triforce sein. Kann das sein? Nein, oder? Könnte das sein? Wir gucken einfach mal. Ich glaube nicht, dass da oben jetzt ein Triforce-Splitter ist. Weil das wäre prinzipiell viel zu einfach. Aber möglich. Tschüss. Was haben wir mit dir? Ich wollte gerade sagen, das wäre viel zu einfach. Viel, viel zu einfach gewesen. Das wäre viel zu einfach gewesen. Hm. Okay. Der Triforce-Splitter wird hier angezeigt. Ich weiß nur nicht, wo er sein soll. Alles so... so grauenhaft. Vielleicht versunken? Wer weiß es schon. Da hinten ist irgendwas versunkenes, ne? Wo wir drauf zusteuern? Es ist möglich, dass die Dinger versunken sind. Also... Hm. So, mal gucken. Mal gucken. Haben wir was? Haben wir was? Oh. Oh, was könnte es sein? Was könnte es sein? Natürlich nicht. Wir haben zwar hier... das Ding offen, wo wir... dies oder das finden könnten, aber irgendwie... Hm. Seltsam. Ich bin zu schnell für euch und, äh... könnt ihr auch rein gar nichts gegen tun. So. Okay. Ich bin selbst zu schnell für mich. So. Und wir legen mal hier an. Gucken, was wir dort machen können. Hm. Vielleicht finden wir jetzt hier... Wenn das hier drin wäre, würde ich mich so kaputt lachen. Nee, oder? Nein. Nein. Das... Das wird da nicht drin sein. Oh ja. Fucking ernst? Are you serious? Das könnt ihr... Das könnt ihr nicht machen. Wenn jetzt hier ein... Triforce Splitter ist, dann... Oh Gott. Wir brauchen definitiv... Pfeil und Broben. Denn diese... Penner... Da hab ich... Keinen Bock auf, die so zu machen. Denn die sind kacke. So. Zack. Okay. Hände ich fertig gemacht? Hammer, Hammer. Oh Gott. Okay. Das zeigt uns, dass wir da... Das Gold haben. Achso, wir müssen jetzt die Räume durchgehen. Alles klar. Alles klar. Okay. Die sollten ja auch kein Problem sein. So. Peasy, peasy, Lemon squeezy, oder? So. Den auch weg. Kommt noch was? Nein? Fein. Fein. Alles gut. So. Ähm. Dum 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 dum. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. So. Dann müssen wir dort noch rein. Oh. Oh. Ich hasse diese Teile, ne? Sprengen die in die Luft. Komm schon. Zwei Stück auf einmal erwischt. Ist natürlich super. Ach. Ach. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Wirklich. Du willst mich... Du willst mich verarschen, oder? Ach, komm, ey. Gehen. Bestimmt, Junge. Komm. Ich mache es ganz anders. Komm, lass das Herzen da. Nein, eine Bombe. Okay, dann nimm mir die Bombe halt. Ist mir auch egal. Ach. Und warum ist die Welt so grausam? So. Und dann da vorne noch rein. Ich hoffe, das lohnt sich. Was haben wir jetzt? Ach, nur ihr. Und tschüss. Bin wieder weg. So. Sammeln wir die noch ein. Oder vorne ist ein Herz. Das Herz nehmen wir auch mit. So. Ja, bestimmt sind jetzt hier im Raum Gegner. Stell dich die Frage, wo kamen die denn jetzt her? Genau, hau dein Buddy weg. Ich weiß, das ist suboptimal für euch. Aber. Na gut. Eben das seine, ne? Na komm. Chancengleichheit. So. Du machst keinen Unfug mehr. Du machst keinen Unfug mehr, mein Freund. Du machst keinen Unfug mehr, mein Freund. Wer weiß, was jetzt kommt. Deswegen einfach mal alle Herzen mitten hin. Die wir so kriegen können. Warte mal. Die Tür ging jetzt auf, ne? Wir haben zwar Geld ohne Ende, aber... Hey, was soll's. Okay, und da haben wir dann den ersten Splitter. Glaub ich. Ja, das ist der... Ne, der zweite. Sechs brauchen wir noch. So. Okay. So, wo haben wir unser Schiff geparkt? Hier vorne. So, zack. Bla, 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 bla. Ja, komm. Wir brauchen die rote... Hier. Ne, das ist die falsche rote. So, das haben wir. Dann müssen wir in diese Richtung fahren. Was wir auch machen. So. Bisschen schneller, wenn's geht. Ich hoffe, der lott uns jetzt nicht dahin, wo wir schon waren. Auf der kleinen Insel, da soll was sein. Nein. Der doch nicht. Da ist ein Terry-Händler. Bestimmt auf der da. Auf der Insel, die voraus ist. Das ist das. So, alles klar, dann hüpfen wir mal hoch, gucken mal. Nimm deinen schmutzigen Finger hin! Na gut, ist natürlich jetzt auch nicht so cool. Weil ich vermute, ganz, ganz schwer. Laber doch keinen! Geht's echt? Einfach hier oben? Einfach da oben? Ist ein Trifor splitter? Nein, ne Schatzkarte nur. Hä? Also entweder das Teil will mich komplett trollen. Ja. Was natürlich sein kann. Oder? Ich hab keine Ahne. Aber nun gut, gucken wir uns das Ganze dann beim nächsten Mal an und dann würde ich sagen, Däumchen ist ein Traum. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao! So go Sarah! Joach are präsentiert. nas